Ein Geistlicher der syrisch-orthodoxen Kirche trägt beim Tag der offenen Tür im Flüchtlingsquartier in Salzburg-Kasern ein Friedensgebet vor, in Aramäisch der Sprache von Jesus. Die syrisch-orthodoxe gehört zu den Urkirchen des Christentums. Auch ein muslimischer Seelsorger beteiligt sich am Gebet der Religionen, entsandt von einem türkischen Kulturverein übrigens, den Experten als schwer nationalistisch einstufen. In Salzburg haben die orientalischen Christen nichts zu fürchten. Im Gegenteil, an der Universität ist der einzige Lehrstuhl für syrische Theologie in der westlichen Welt eingerichtet. Student Bossus Akar könnte in seiner Heimat, dem Kernland der Aramäer im Südosten der Türkei, eine solche Ausbildung nicht genießen. Jeder will weg, berichtet er, wegen der kurdisch-türkischen Kämpfe. In Syrien und im Irak ist von den dreieinhalb Millionen Christen wohl fast die Hälfte auf der Flucht, auch wegen der Verfolgung durch Islamisten. Herr Professor, Ihre Religion, Ihre Religionsgruppe hat ja auch lange Erfahrungen im Zusammenleben mit dem Islam und nicht nur angenehme. Würden Sie grundsätzlich den Islam als eine aggressive, gewalttätige Religion einstufen? Wenn es politisch benutzt wird und wenn es auf Rechtsradikalismus orientiert wird, es hat diese Potenz da. Ihrer Ansicht nach, auch der wissenschaftlichen Ansicht nach, auch die Ansicht nach Kenntnis des Islam, was sollten wir diesen neuen Zuwanderern vermitteln? Ich denke, die Freiheit, die wir hier haben, die Demokratie, die wir haben, und damit meine ich auch die Gewissenfreiheit, dass jeder und jede für sich entscheiden kann, ob jetzt aktive Muslime ist oder weniger aktiv. Zum Beispiel in der Schule, die Frauen dürfen da ab gewissem Alter nicht mehr Sport betreiben und so was sagen. Warum sollen die in der Schule dann die Frauen nicht mit Sport betreiben oder Schwimmen gehen, wenn sie möchte? Die entscheidende Rolle aber, so warnt der Wissenschaftler, spielen die muslimischen Geistlichen. Der Staat sei gut beraten, in ihre Ausbildung steuernd einzugreifen. und stärkeniere Rolle beraten, in ihrer Situation, für das Fahrt zu schleichen müssen.